Mit den ersten Arbeitslosenzahlen des Jahres wird es auch für den Agenturbezirk Dessau-Roslau-Wittenberg-Zeit einmal ein Resümee des Jahres 2013 zu ziehen, Engpässe zu erkennen und Lösungswege zu finden bzw. zu festigen. Alles in allem kann die Agentur für Arbeit im Bezirk Dessau-Roslau-Wittenberg zufrieden mit dem Ergebnis sein. Ganz positiv zu verzeichnen ist, dass im Jahr 2013 die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnittsbestand um knapp 1000 Personen niedriger war als noch vor einem Jahr. Mit einer Arbeitslosenquote von 11,4 Prozent haben wir da wirklich den niedrigsten Stand erreicht in der Geschichte der Agentur für Arbeit Dessau-Roslau-Wittenberg. Man muss sagen, dass von dieser Entwicklung alle Personengruppen profitieren konnten, mit Ausnahme derer, die unter die älteren Arbeitnehmer fallen, also die, die 50 Jahre und älter sind, da ist die Arbeitslosigkeit nicht zurückgegangen. Dennoch gibt es Engpässe, gerade im Bereich der Lebensmittelherstellung, des Schweißens und der Metallverarbeitung. Hier kommt der Fachkräftemangel besonders zum Tragen. Demgegenüber stehen aber Branchen mit guter beruflicher Zukunft. Also Chancenberufe sind in schwerpunktmäßig sechs Branchen in unserem Agenturbezirk. Das sind Lagerlogistik, Metall-Elektro, Pflege, Gesundheit, Pharmachemie, Landwirtschaft, Ernährung. Ja, wenn man in diesen Bereichen arbeitet und den Einstieg findet mit seinen Tätigkeiten, hat man auch Chancen auf gute, stabile Arbeitsverhältnisse und sicherlich auch eine persönliche Weiterentwicklung, weil 50 Prozent unserer Unternehmen, die wir im Agenturbezirk haben, zu diesen Branchen zuzuordnen sind. Die Herausforderung für 2014 besteht weiterhin im demografischen Wandel. Rund 15 Prozent der Arbeitnehmer werden in diesem Jahr in den Ruhestand gehen. In Hinblick auf die Tatsache, dass 95 Prozent der Betriebe im Agenturbezirk mit weniger als 50 Beschäftigten auskommen müssen, entsteht ein Defizit, was die Fachkräfte angeht. Bewährte Lösungsansätze sollen dabei weiter fortgesetzt werden, wie die Arbeitgeber für die Generation 50 plus zu sensibilisieren und das Programm für junge Erwachsene bis 35, welche ihnen eine Erstausbildung ermöglicht, sollen dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Dazu kommen intensive Bemühungen bei der Berufsorientierung, um Ausbildungsabbrüche zu vermeiden und um den jungen Menschen eine Perspektive in der Region zu geben. Frei nach dem Motto, regionale Ausbildung bedeutet regionales Leben. they're well- eben is 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 Vielen Dank.